Oh, hi. Na, hör mal. Du bist ja ein richtiger Party, Mensch. Ja, Gustav hat ja die Bordtage, weißt du. Da lassen wir den Scheißbär mal richtig steppen, Junge. Ah, Gustav. Mit Papier, los. Nee, nee, ist jetzt keine Zeit. Ich muss weiter. Wir sehen uns. Alles klar. Oh, my gosh.